fitness mit mark folge 344 herzlich willkommen zu fitness mit mark wo sich alles darum dreht dass du nackt gut aussiehst und hier ist ein gastgeber sein gemüse kauft am liebsten in familienpackungen mark maslow moin moin hier ist mark maslow dein dranbleiben fitness coach von marathon fitness punkt d wenn du fetter bauen willst beim abnehmen im muskelaufbau beim verfolgen besonderer sportlicher ziele was auch immer nackt gut aussehen mit einem guten gefühl für dich bedeutet sind die richtigen fragen deine wertvollste hilfe davon bin ich absolut überzeugt vor allem weil sie dich in den allermeisten fällen so viel weiter voranbringen als die richtigen antworten fragen sind wichtiger als antworten das ist die these und in der heutigen folge stelle ich dir sieben fragen vor die jeder dranbleibe jeder der nackt gut aussehen möchte sich alle 30 tage stellen sollte das sind fragen die dir dabei helfen frustrierende dummheiten zu vermeiden rückschritte zu vermeiden die sich vermeiden lassen und mit dem richtigen mindset ins training zu gehen in deiner ernährung und in richtung deiner ziele liebst du bücher und hast eine liste von büchern die so lang ist dass du sie niemals lesen können wirst dann hat audible die perfekte lösung für dich wie wäre es wenn du dir diese bücher einfach vorlesen lässt während du unterwegs bist auf dem weg zur arbeit beim einkaufen oder beim wäsche aufhängen die app ist kostenlos und läuft auf allen deinen lieblingsgeräten und weil audible über 150.000 hörbücher im programm hat findest du auch immer etwas neues und interessantes das du gerne hörst anders als bei musik oder tv streaming angeboten gehören deine hörbücher bei audible dir das heißt du kannst sie zum beispiel mit deinem smartphone jederzeit und überall hören tja und wenn dir mal ein buch nicht gefällt dann ist das kein problem du kannst es jederzeit gegen ein anderes hörbuch eintauschen ohne wenn und aber als fitness mit mark hörer bekommst du die audible mitgliedschaft für ein halbes jahr zum halben preis geh dazu auf www.fmmbuch.de fmm wie fitness mit mark und dann buch.de unterstütze fitness mit mark und geh auf www.fmmbuch.de dort bekommst du deine mitgliedschaft für die ersten sechs monate zum halben preis 495 pro monat ja hier sind sie sieben fragen die wir uns im team marathon fitness stellen die wir im fitness coaching mit unseren klienten durchgehen und es sind auch fragen mit denen ich meine eigenen routinen und fortschritte immer wieder gerne reflektiere und ich hoffe diese fragen inspirieren auch dich dabei deine eigene liste schlagkräftiger fitness fragen zu entwickeln also lass uns durchstarten frage nummer eins nenne ich die mega frage und die habe ich aus einem buch das nennt sich the one thing das ist für mich eins der erfolgsbücher der letzten jahre der autor heißt gary keller und der stellt eine entscheidende frage und er sagt was ist für dich der größte game changer der sobald du ihn dann umsetzt den größten effekt auf deine fitness hat und der gleichzeitig andere maßnahmen die zwar wichtig scheinen aber eben nicht so wichtig sind unnötig werden lässt ja und du kannst dir wahrscheinlich denken die antwort ist wie so oft auch hier individuell deswegen gebe ich mal ein paar beispiele aus meiner eigenen historie zum beispiel durfte ich erst punkt eins lernen klare ziele zu setzen damit habe ich so vor gut zwölf bis 15 jahren angefangen und seitdem ich mir zeit nehme meine ziele wirklich auszuformulieren richtig klar zu machen und sie auch zu visualisieren passiert die veränderung hin zu diesen zielen oft einfach so ich habe zum beispiel vor einem jahr mir mal meine ziele von vor zehn jahren vorgenommen und du glaubst es nicht ich habe die damals definiert zur seite gelegt und das meiste davon habe ich erreicht einfach weil ich mir damals ein klares bild davon gemacht habe wo ich gerne hin möchte punkt nummer zwei richtiges krafttraining kommt vor cardio training jedenfalls dann wenn es dir darum geht schlank zu werden schlank zu bleiben und einfach eine gute athletische figur zu halten ich habe früher das andersrum gemacht ich habe cardio training priorisiert und krafttraining so nebenher gemacht ich bin zu der zeit auch viele marathons gelaufen und ich stelle fest seitdem ich die prioritäten umgebaut habe also primär krafttraining und das krafttraining kommt danach also im zweifel wenn die zeit fehlt dann lasse ich eben auch mal das krafttraining runterfallen halte ich einen niedrigen körperfettanteil leichter ich habe sogar einen niedrigeren körperfettanteil heute als damals und es fällt mir eben viel leichter da dran zu bleiben mit insgesamt weniger trainingsdauer punkt nummer drei gesunder schlaf das durfte ich erst lernen in meinen zwanzigern schlief ich viel weniger als heute um dadurch dann mehr zeit fürs training zu haben und ich sage dir ganz ehrlich gelohnt hat sich das nicht damals wusste ich einfach nicht wie wichtig schlaf für appetitregulation für muskelaufbau und für die körperliche und geistige leistungsfähigkeit sind ich wollte damals einfach mit dem kopf durch die wand und ich sage dir ganz ehrlich ich glaube schon ich wusste dass schlaf wichtig ist aber ich wollte es damals einfach nicht wahrhaben also schlaf priorisieren punkt nummer drei war das punkt nummer vier feedback systeme nutzen auch das durfte ich erst lernen denn es ist ja so was du misst das kannst du verändern und das gilt für deinen körperfettanteil für deine trainingsfortschritte aber eben auch für deine regeneration und die messe ich zum beispiel über die herzfrequenz variabilität ich habe da ein tool das nennt sich woop band und ich nutze diese feedback systeme um eben dran zu bleiben da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen und das bringt mich zur frage nummer zwei und die nenne ich mal die schlag in die magengrube frage bei dieser frage brauchst du eine extra portion ehrlichkeit mit dir selbst und die lautet wie folgt welche fitnessstrategien nutzt du die funktionieren sollten aber die dich nicht voranbringen und woran liegt das es ist doch so es gibt tausend wege zum ziel es gibt mehr wege als du wahrscheinlich glaubst ein weg der generell funktioniert wenn wir über ernährung oder über training reden der muss nicht unbedingt für dich der richtige weg sein lass mich ein paar beispiele nennen es gibt menschen die trainieren lieber zu hause einige gehen lieber ins fitnessstudio einige trainieren lieber in der gruppe andere lieber alleine es gibt menschen die lieber mehr mahlzeiten am tag essen drei vier fünf mahlzeiten am tag dafür kleiner andere mögen lieber das intervall fasten kommen damit besser klar einige menschen ernähren sich eher pflanzlich andere essen alles es gibt also sehr viele verschiedene wege die funktionieren können wenn du einen weg wählst der für viele da draußen funktioniert aber eben für dich selbst nicht dann ist das eine gute nachricht manchmal hilft es einfach den weg ein bisschen zu korrigieren bisschen nachzujustieren oder eben auch den blick zu schärfen es kann ja gut sein dass du tatsächlich fortschritte machst aber das eben nicht bemerkst also punkt nummer eins schauend machst du wirklich keine fortschritte wenn ja dann darfst du einen anderen weg wählen so oder so bringt dich diese frage einen schritt näher zu dem weg der für dich funktioniert und das bringt mich zur nächsten frage nummer drei und die nenne ich die etiketten frage worte sind die stärkste kraft in deinem leben überhaupt worte mit denen du bestimmte situationen die du erfährst beschreibst und worte mit denen du diesen situationen eine bestimmte bedeutung gibst und wir menschen wir neigen dazu eine erfahrung die wir machen mit einem etikett zu versehen eine bedeutung zu versehen und das ganze irgendwie zu benennen und das prägt unsere erfahrung lass mich das mal so sagen indem du einem hund einen namen gibst machst du diesen hund zu deinem hund und und nehmen wir mal an du hättest günstig durch äußere umstände längere zeit mit dem krafttraining ausgesetzt und jetzt schaust du zurück und schaust auf deinen status quo und stellst fest was für eine katastrophe ich bin total aus der form gekommen oder was auch immer du dir dann sagen würdest was dann passiert ist dass du die situation eben als katastrophe epischen ausmaßes erfährst aber wenn du andererseits andere worte wählst wie zum beispiel okay das ist mal eine herausforderung let's do it dann erfährst du die situation eben als herausforderung indem du also das label austauscht veränderst du das gefühl und die situation selbst die veränderst du auch und es lohnt sich sich in solchen momenten eben ein paar sekunden vielleicht auch ein paar minuten zeit zu nehmen und dir folgende frage zu stellen in welchen bereichen mache ich mir die fortschritte leichter wenn ich das etikett wechsle und ich bin sicher es gibt einen bereich deine fitness betreffen indem du die steine aus dem weg räumst indem du alleine dir diese frage stellst ich glaube dass wir menschen dazu tendieren sprache sehr sehr häufig zu benutzen ohne bewusst inne zu halten und über den effekt der worte die wir verwenden nachzudenken und damit meine ich nicht nur die worte die du zu anderen menschen sprichst sondern eben auch das was du zu dir selbst in deinem inneren dialog sagst also da achtsam zu werden das war für mich ein riesen game changer so im lauf der letzten 15 jahre punkt nummer vier die feedback frage feedback systeme hatte ich anfangs ja schon mal erwähnt und es ist wirklich faszinierend wenn du dir top sportler erfolgsmenschen anschaust wie die tennisspielerin serena williams den golfspieler jordan speed oder eben den legendären arnold schwarzenegger dann haben die eins gemeinsam das sind alles feedback freaks und die messen praktisch alles was für ihre fortschritte relevant ist ein feedback system ist das primäre fundamentale werkzeug das praktisch alle menschen die klare ziele nicht nur verfolgen sondern auch erreichen nutzen warum ist das so ganz einfach vier punkte so ein feedback system hilft dir dabei deine aufmerksamkeit auf das wesentliche zu fokussieren zweitens so ein system monitort ob du fortschritte machst und stellt sicher dass du erfolg hast punkt nummer drei das weist dich auf schwachpunkte hin auf lücken zwischen dem was du dir eigentlich vorgenommen hast und da wo du im moment gerade stehst also soll und ist zustand und es erlaubt dir dann auch diese lücken zu schließen und punkt nummer vier du bekommst dadurch einen realistischen blick auf das was du verändern und was du verbessern möchtest und ich wiederhole mich da gerne was du misst und was du verfolgst das kannst du dramatisch verbessern und dabei bestimmen deine ziele was das für dich optimale feedback system ist wie das aussieht ich stelle dir mal ein paar werte vor die ich kontinuierlich messe auch seit jahren schon und welche tools ich dafür nutze das sind insgesamt sechs werte die ich tracke also eigentlich eigentlich gar nicht so viel ich mache das so nebenher dass ein paar minuten am tag maximal die ich da investiere ganz wichtig natürlich der körperbau also damit meine ich das körpergewicht und den körperfettanteil körpergewicht messe ich mit so einer wlan waage also jede hauswaage geht dann natürlich ich steige einmal auf die waage das wird dann halt automatisch aufgenommen und ich kann das per app nachverfolgen mit so einer withings waage die tools die findest du übrigens auch in den show notes muss nichts mit schreiben falls das für dich interessant sein sollte also körpergewicht mit waage körperfettanteil mit einer kaliper zange ich habe da so ein profi gerät aber da gibt es einfachere geräte für unter 30 euro so eine kaliper zange für ein körperfettanteil so das sind die ersten beiden tools ein weiteres tool was ich nutze um neue gewohnheiten aufzubauen ist eine ganz einfache to do liste ich habe dazu eine app die nennt sich to do is also da erstelle ich dann einfach zum beispiel wenn ich eine bestimmte mobilitätsübung regelmäßig machen möchte täglich dann trage ich mir die in meine to do ist app ein und die erscheint dann jeden tag als task und danach arbeite ich auch im business und ich trage mir da auch themen ein die ich einfach privat erledigen möchte also neue gesunde gewohnheiten to do ist app dann kommen wir zur ernährung ich trecke meine ernährung ich führe ein ernährungstagebuch auch schon seit jahren mit der app yasio krafttraining verfolge ich auch da haben wir eine eigene trainingsplan app hier bei marathon fitness die verwende ich auch cardio training trecke ich ganz simpel mit meiner apple watch und wenn ich laufen gehe dann misst die eben die distanz und das tempo und so weiter und postet das dann auch auf strava dann mehr auch eine dranbleiber gruppe und da bin ich auch mit drin so und als letztes track ich auch meine regeneration und mein schlafverhalten über das woop band dass ich eigentlich 24 stunden trecke und das sagt mir dann morgens auch wie gut ich geschlafen habe und wo ich da noch optimieren kann und auch wie gut ich regeneriert bin das ist wirklich interessant dadurch habe ich viele muster auch erkannt die meine regeneration auf der einen seite fördern und auf der anderen seite auch behindern so und auf den punkt gebracht heißt das was du misst das erledigst du und was du misst kontrollierst du und dabei helfen dir auch fragen und das sind folgende in welchem bereich sehe ich momentan die geringsten erfolge welche fitness themen machen mir momentan die größten sorgen und was messe ich um den ursachen dieser themen auf den grund zu gehen und sie zu lösen was genau darf ich verändern um meinem ziel näher zu kommen und woran würde ich eigentlich merken dass ich fortschritte mache indem du dir solche fragen stellst und danach eben auch definierst wie du deinen fortschritt messen kannst kannst du etwas exponentiell verbessern das bringt mich zur fünften frage die ich dir mitgeben wollte als idee natürlich musst hier nichts von umsetzen einfach zu das sind alles fragen die mich ordentlich vorangebracht so frage nummer fünf die aktivitäts frage ein workout ist gut und ein training ist besser was meine ich damit kennst du den unterschied zwischen training und workout nun beim workout da steht die bewegung im vordergrund also du tust etwas bleibst dabei aber meist in deiner komfortzone zum beispiel würdest du beim krafttraining einfach ständig mit dem gleichen gewicht und gleichen wiederholungen arbeiten und im ergebnis wenn du einfach nur dich bewegst aber eben nicht deine grenzen auslotes dann bleibst du bestenfalls dort wo du gerade stehst du würdest also nicht stärker werden du würdest keine sichtbaren veränderungen deines körpers beobachten können und die darfst du auch nicht erwarten training hingegen bedeutet kontinuierlich neue trainings reize zu setzen also wirklich strategisch und systematisch vorzugehen das bedeutet zum beispiel im richtigen krafttraining dass du versuchst mehr wiederholung zu schaffen als beim letzten mal oder ein bisschen mehr gewicht draufzulegen also versuchst immer deine eigenen rekorde zu brechen fortschritte passieren dann wenn du sie aktiv einforderst wenn du mit plan und mit struktur trainierst und dazu darfst du eben auch ab und an deine komfortzone verlassen die frage lautet also wo warst du hinsichtlich deines trainings oder deiner ernährung aktiv aber nicht produktiv wo hast du also was gemacht was dich aber nicht vorangebracht hat in der ernährung entstehen solche plateaus häufig dann wenn du dich in einem kalorien gleichgewicht befindest und natürlich das ist nur der rahmen wenn du abnehmen willst es kann ja auch gut sein dass du dein gewicht halten möchtest dann ist ein kalorien gleichgewicht genau das was du auch möchtest das heißt also wenn du aufbauen möchtest wenn du muskeln aufbauen möchtest dann brauchst du ein leichtes kalorien plus aber wenn du abnehmen möchtest dann brauchst du eben ein kaloriendefizit und wie das ganze funktioniert das habe ich dir auch erklärt in meinen beiden büchern looking good naked und looking good naked power küche kommen wir zur sechsten frage und die nenne ich mal die veränderungsfrage es gibt so eine spannende geschichte von albert einstein ich weiß von dem gibt es viele geschichten die hier finde ich aber richtig cool also albert einstein hat ja gelehrt an der princeton university 20 jahre lang als professor und hat da exakt die gleiche klausur seinen studenten in der vorlesung die er eben gegeben hat ausgeteilt immer wieder die gleiche klausur 20 jahre lang und das haben natürlich nicht nur seine studenten irgendwann rausgekriegt auch in seinem kollegium hat sich das rumgesprochen und eines tages fragt einer seiner professoren kollegen warum er denn jedes semester die gleichen fragen stellte ja und was einstein darauf geantwortet hat ist ich stelle immer die gleichen fragen weil die antworten sich kontinuierlich verändern die einzige konstante deiner fitness ist veränderung ein trainingsprogramm das sich vor drei jahren nach vorne katapultiert hat kann ich heute zurückwerfen und vielleicht passt es auch gar nicht mehr zu deinen aktuellen lebensumständen ist gut möglich dass die antworten mit denen du heute arbeitest und zwar antworten auf die gleichen fragen aber auf rahmenbedingungen aus einer anderen zeit fußen und diese antworten sind dann heute veraltet deswegen lautet die frage die ich dir mitgeben möchte wo haben sich die rahmenbedingungen für dein training für deine ernährung in deinem leben während der letzten jahre verändert vielleicht gehst du heute in einem anderen beruf nach vielleicht lebst du an einem anderen ort in einer anderen beziehung umgibst dich mit anderen menschen oder darfst mit veränderten gesundheitlichen bedingungen umgehen was auch immer es ist diese frage bringt dich voran und die zweite frage in dem kontext wie kannst du deine strategien auf diese veränderten rahmenbedingungen so ausrichten dass du deinem ziel weiter näher kommst welche fertigkeiten brauchst du welche unterstützung brauchst du indem du dir diese fragen stellst findest du raus wo du dazu lernen kannst und wo du dir unterstützung suchen kannst durch freunde durch partner oder auch durch einen coach um dann mit einem guten gefühl am ball zu bleiben und das bringt mich zur letzten frage und die bringt dich ins handeln das ist die umsetzungsfrage ich halte praktisch jedes problem da draußen jedes problem mit deiner fitness für lösbar das ist eins meiner grundlegenden unsichtbaren skripte und mit diesem skript gehe ich auch in jedes coaching rein und das machen jenny und sebastian bei mir aus dem team die klienten coachen auch der erfolg jeder lösung hängt allerdings davon ab dass du sie auch umsetzt ganz klar du kannst die besten ernährungsprogramme die besten trainingsprogramme der welt haben wenn du sie nicht umsetzt und an ihnen auch dran bleibst kontinuierlich dann werden sie scheitern und genau das gleiche gilt wenn du schlechte programme perfekt umsetzt auch dann wirst du natürlich scheitern und genau deswegen kannst du eine menge energie sparen wenn du dir einen moment zeit für deine planung nimmst ohne dabei in die paralyse durch analyse falle zu tappen hey wir kennen alle menschen die auf der suche nach dem perfekt niemals ins handeln kommen ich habe die beobachtung gemacht dass menschen die ihre fitnessziele erreichen wie folgt vorgehen die scharten da wo sie gerade sind und punkt nummer zwei sie opfern das mögliche nicht dem perfekten lass mich das so formulieren denn ich komme ja aus norddeutschland ich bin gebürtiger kieler und ich mag maritime metaphern wenn du auf dem segelboot unterwegs bist und du willst fahrt aufnehmen dann musst du den anker nicht komplett bis ins boot einholen es reicht völlig aus wenn du ihn zehn zentimeter vom boden anhebst und damit komme ich zu den letzten fragen für heute welches trainings pensum welche ernährung kann ich realistisch gesehen kontinuierlich umsetzen welches trainings pensum und welches ernährungsmodell möchte ich kontinuierlich umsetzen und was hält mich bisher davon ab die änderungen die ich dazu vornehmen muss noch heute vorzunehmen und auch hier sind die antworten individuell es ist also gut möglich dass das was für dich optimal funktioniert vielleicht für mich nicht funktioniert und deswegen übergebe ich jetzt an dich das wort was sind fragen die dich nach vorne bringen gehen die schon uns da findest du einen link zu den kommentaren und ich bin interessiert welche fragen bringen dich voran und ich weiß es gibt die eine oder andere folge die kann man sich auch ruhig mehrmals anhören vielleicht ist dies so eine folge so oder so ich hoffe du hast ein paar inspirationen für dich mitgenommen in die folgende woche und da wünsche ich dir ganz viel spaß und erfolg beim tränen diese fitness mit mark folge wurde dir präsentiert von order dort findest du über 150.000 hörbücher hörbücher kosten manchmal 50 euro und mehr im abo bei order bekommst du jedes hörbuch für nur 9 95 auch wenn es regulär 70 euro kosten würde als fitness mit mark hörer bekommst du das abo sogar zum halben preis für 4 95 pro monat und zwar für die ersten sechs monate geh dazu auf fm buch punkt de und sichere dir den halben preis für ein halbes jahr dort findest du auch tipps welche fitness hörbücher ich empfehle das angebot gilt nur wenn du auf fm wie fitness mit mark also fm buch punkt de gehst cool dass du bis jetzt dran geblieben bist falls du feedback hast zu dieser show oder vorschläge für interviewpartner die ich in einer der nächsten folgen interviewen sollte schick mir eine mail an podcast at marathon fitness punkt de die show notes und weitere infos findest du unter marathon fitness punkte e schrägstrich podcast und da findest du auch links wie du mich über twitter über facebook oder über andere wege erreichen kannst falls du diese folge hörst und noch nicht abonniert hast über itunes oder über stitcher oder andere plattform dann solltest du das schleunigst ändern die beste möglichkeit dran zu bleiben ist wenn du dir diesen podcast kostenlos auf dein phone oder auf deinen computer liefern lässt du kannst ganz einfach abonnieren indem du auf itunes gehst und dort nach fitness mit mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren wenn dieser podcast dir gefällt dann kannst du auch was zurückgeben geh auf itunes gibt mir deine fünf sterne bewertung und schreibt was nettes ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein versprochen der punkt ist der mit deiner bewertung hilfst du dass dieser podcast leichter gefunden wird von menschen denen diese infos auch helfen könnten um ihren körper zu verbessern um nackt gut auszusehen denn das beste kompliment dass du mir machen kannst ist eine empfehlung an jemand anderen ein